2023 ist vorbei, Leute, was geht? Ein weiteres geiles Jahr ist vorbei, in dem wirklich vieles passiert ist. Und es sind auch schon richtig viele geile Sachen für nächstes Jahr geplant. Ob es jetzt so viele sind, weiß ich jetzt nicht. Aber es sind auf jeden Fall geile Sachen geplant. Aber das möchte ich ja jetzt noch nicht verraten. Ich möchte ja noch nicht sagen, was alles passieren wird. Das soll ja eine Überraschung sein, ne? Also, hä? Jetzt heißt es aber erstmal wieder, viel Spaß mit dem Best of 2023. Ausgesetzt im Kinderzimmer eines Dullis, kämpfen drei Kandidaten fünf Challenges lang ums Geld. Jeder muss mit seinem körperlichen Können und seinem Gaming-Skill auskommen. Wer je in den fünf Challenges sich am besten anstellt, muss dann weniger von seinem Ersparten spenden. Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt. Mit vollkommener Krütze. Sackgesicht McG, Quirin oder auch 0,8 Liter Simp. Mit seinen vier Namen lässt er sich nicht unterkriegen. Sondern dieser Berg eines Mannes beweist sich damit nur noch mehr. Aloix, Felix oder wie ich ihn auch gerne nenne, der Aloister. Ein wahrer Veteran, wenn es darum geht, längliche Fleischprodukte durch die Gegend zu schleudern. Man könnte fast sagen, er ist ein wahrer Macher. Air Maid oder auch Alex. Als Neuling in diesen Challenges stehen seine Chancen schlecht. Er ist auch wirklich nur dabei, weil er sich beim Salami-Curling reingeschmuggelt hat. Wer wird am besten abschneiden bei der ÜBi-Charity Spenden-Challenge? Ich bin in der Euger hier. Oh nee, Alter. Oh nee, Alter. Ich werde so ablufen. Alter! Ich werde einfach alles daneben gehen. Okay, dann mal. Ich werde nicht cheaten! Nein! Guckst du da doofen mit Salz? Vielleicht. Ey, Jungs. Hallo, hast du die Geräte grüßt? Junge, Junge Gatte, ich pick euch! Jetzt werde ich angekommen! Gehen wir noch zurück! Lass mich rein, Alter! Hast du mich niemand vergessen, Alter? Nö, du hörst wieder! Das ist ja boring, so. Schöne Frage, was machen wir, wenn... Wenn er jetzt wegheatet? So zum Beispiel? Warte, ich krieg's nicht. Boah! Schade! Wie schade! Ich hab uns gerade gerettet! Ich hab uns gerade gerettet! Lauf! Ach, Lauf, Lauf, Lauf! Lauf! Ähm... Willkommen! Let's go! Wir probieren jetzt das Final Battle! Oh Bro, what do I have to do? Du musst tatsächlich gar nichts machen! Geil! Ich muss timen? Ja! Nein! Ihr seht, ihr könnt einen Jump eigentlich ganz gut packen. Also für die... Ein Jump könnt praktisch... Ein schönes Stück! Hier seht ihr nun die Endergebnisse, wie viel jeder Kandidat zahlen muss für Hübi Charity 22! Passt! Nehmen wir! Nein! 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 Ouh! Mutig, Quiere! Du kommst auf den IQ von Patty an, weil... ...wenn er jetzt auf die Karte schauen würde... Hahahaha Bruder, Bruder, ich laufe Läußer, jetzt wirds eng, sag ich dir Das droppst du jetzt einfach so Jetzt wirds langsam echt eng für dich Deswegen verlierst du dein Versteck, oder wie? Halt die Fresse, du Bastard Ja, aber ist das ne gute Idee, denkst du? Ne Ja, 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 ja Fuck, ich hab verloren Meine Sprache ist weg, oh mein Gott Ja, ich verliess meine Sprache Ja, ich verliess meine Sprache Wieso? 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 Nein, ich spreche so oft oft, es ist nur... Ich weiß nicht, heute Er spricht viel... Wieso? Wieso? Ich habe eine Sprache und... Ich weiß nicht, wie ich es benutze Ich weiß Genau Oh, das ist wirklich... Oh mein Gott Also... Oh no Wir kommen in den Backrooms Der auch, wo man völlige Entspannung... ... finden kann Hä? Hä? Wer läuft da hinten? Sas? Es kommt, es kommt Ja, aber wir sind hier im Licht Kann ja nicht hin Das ist wirklich Fun Das ist wirklich Fun, habe ich gehört Es kommt, 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 es kommt Oh mein Gott, nein Oh mein Gott, nein Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Du das mit uns! Halt dein Mund! Falsch was? Das ist ein neuer Char... ...und die ist... ...und die ist thick... Ja, ich mein, also, ähm... Ja! Ja! Oh, die Yoshi Islands, dreckig, stimmt! Ja, natürlich neu für Mario Kart 8, genau, weil es für Mario Kart 8 intended war natürlich, nicht für Tour, nein! Was ist Tour? Ich weiß es nicht. Was? Ein neuer Charakter? Weißt du, was du für Möglichkeiten aufmachst? Der Sound hört ja auch so an, als würde der halt auch trotzdem... Hinter dir! ...hinkommen, ne? Oh mein Gott! Hinter dir! Hier ist ein U. Lass ihn mal liegen, weil er jetzt ansammelt, ist er wieder weg. Vielleicht brauchen wir es, ja. Ja, okay. Machst du das gerade? Nee. Ich schwör' dir, ich hab gerade ganz leise... Der ist ein. Ich wollt grad sagen, ich hab doch grad so'n Hello gehört, Alter. Der guckt und so, aber der Ton ist... Ach, der läuft rum wie wir. Ja, das hab' ich grad gehört, Alter. Kannst du mal rein? Lass mich mal rein! Hey, sagt er. Entschuldigen Sie, können Sie sich mal ausweisen? Da ist er! Da ist er! Renn, 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 renn! Alter, du kranker Typ! Ich renne dir halt. Du was, Alter! Oh shit! Nein! Ähm. Der ist weg, Alter. Hä? Äh, was war das? Bangkok, da war ich noch nie. Ich auch nicht. Weißt du, wo das liegt? Asien, richtig. Ach, scheiße. Boah, ich nehm' die Kurve hier immer zurück. Was? Das hat er nicht bekommen? Du! Da muss ich mal ganz dringend durch. Du! 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 Ich muss mal ganz kurz das Klo hier jetzt nicht starten, bevor ich hier zurück bin. Fang einfach schon mal an. Ja, schon anfangen. Das ist wirklich sehr verlackt. Oh nein! Was? Was? Qubi, jetzt komm! Ich bleib bei Qubi. Ich bleib bei Qubi. Ey! Ich glaub, ich verbessere mich aber langsam. Das ist schön, dass du das dobst. Können wir jetzt Liquid Pain blinken? Tod. Und jetzt? Ja, wenn der nicht da ist. Aber der Nächste sieht mich hier drüben. Ja, mach mal. Nee, tut doch nicht. Oh mein Gott, das überleben wir sämtlich. Ich bin auf dir egal, Mann. Ich bin tot. Ah, jetzt kommen wir Fleischleiter jetzt. Mach rauf jetzt. Ich komm nicht rein. Mach rauf jetzt. Ich seh nichts. Ich seh auch nichts. Mach rauf. Lebe ich ins Bett. Ich seh nichts. Ich hab keine Ahnung. Ich kann Blacksfreen nehmen. Ich seh ja nichts. Soll ich rauskommen? Gucken, ob du... Ähm. Sanity. Bin tot. Was ist das denn? Mutten Stick. Ich glaube, es ist wie ein schlechter, unfälliger Baseballschläger. Das sieht mir eine Ahnung. Wir haben hier wieder Spicy Pepper. Wahrscheinlich nicht dafür, dass man wieder in einem Eisgebiet nicht erkältet oder sowas. Erkältet? Erfriert man nicht irgendwie. Gott, der Heck. Ist das ein Like... Heißen die Like-Like oder Lick-Lick? Ich würde es ungern verlieren so. Wow, ist da passiert. Was zum Teufel geht denn da ab? Was ist das? Ruf! Lauf! Lauf! Was ist passiert?! What the heck bothers? Wow! Hallo! Ufff! Ich möchte doch nie mit dir schlafen. NOOOOOOO! Also, mein Vater hat's geschrieben. Ich hab ihm halt so geantwortet. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass dir der Vatertag irgendeiner Art wichtig ist. Weil du eh nie irgendwas willst. Aber dann weiß ich fürs nächste Mal. Und er dann nur so, na dann. Ich leck mich halt auch noch mal an. Ja, da liegt einfach so ein Viech auf der Brücke. Das ist einfach ein Onix. Was ist das, Onix? Sicher? Sicher, dass das ein Onix ist? Ah, Onix. Wer heißt das andere? Weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, keinen Bock, der Onix heißt. Ich kriege von einem Pokémon. Achso, ja. Ich hätte das auch kein Pokémon. Aber wer heißt, wer ist das Pokémon? Trilaxo. Trilaxo. Da ist auch ein X drin. Achso, das meintest du auch, oder wie? Ja, das war ja der Joke, Mann. Weil der die Brücke versperrt. Achso, ich dachte dir das einfach hin und falsch ausgesprochen. Nein. Ja, weil... Ich weiß nicht, was das ist. Das ist eine Rakete? Das ist ein Düsenantrieb? Oder wie könnt ihr mir das vorstellen? Das ist doch einfach alles klar. Ich finde gut, dass du dich da so hinsetzt. Wir sind ready, oder? Zeit zum Abheben. Ich hätte es vielleicht nicht ausmachen. Warte, warte. Wir regeln das. Wir sind da. Ich weiß nicht, weil wie gesagt, bei mir glaube ich hatte ich einfach die... Der... Äh... Die... Ähm... Äh... Time. You got him. Machst du alles raus? So... Darf nicht wach werden. Direkt wieder schlafen. Du, 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 du... Wir haben es geschafft, na. Vier Tage und 19 Stunden. Aber das Ding selbst gab es doch glaube ich nicht, oder? Oder teure ich mich? Ich komme mir jetzt so unbekannt vor. Das ist nur im selben Style wie der klassische Nintendo Scope. Uh, den neuen Blaster zu nehmen und gleich den ersten Kill gemacht. Oh Gott, einfach tot! Einfach tot! Irgendwie schon cool. Oh, einfach tot! Wenn jemand den ganzen anhießt, ist er auch einfach tot dann tatsächlich. Haha! Alter, ich mach so viele Kills! Ich bin einfach in deren Base gerade, ne? Dafür stört die nicht. Oh, die sind aber in unserem Meer gerade, lol. Wir haben nicht mal einen Prunk gemacht. Wir haben den nicht mal einen Zentimeter bewegen können. Oh mein Gott. Wir haben verloren. Wenn wirklich, das ist jetzt keine Ausrede oder so. Was hast du denn? Du machst mein Schick, ich sag gar nicht, was überhaupt abgeht. Ey, mein Pilz, hallo, was soll die Scheiße? Easy. Schick! So knapp, Alter! Warte, 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 warte. Hä? Hä? What? Hä? Weißt du was? Ich hab aber einen super Plan. Ich hab einen super tollen Plan. Geht's? Äh, lauf. Was machst du denn? Nicht zu nah, nicht zu nah aneinander, weil sonst glaube ich nicht weg. Lauf! Nimm! Nein! Was machst du denn? Du lebst noch, ne? Ich hol dich ab. Ich hol dich nicht ab. Was? Was? Ich wollte sagen, mach am besten noch ein Auto. Irgendwas krasses. Normalerweise bist du mir irgendwie so krass abgegangen. Ich hab gar nicht so viel Energie. Nichts. Ich kann mir Tabletten zeigen. Boom. Das merke ich. Ist die Cammy die unscharf? Ja. Mario RPG kommt zu Dingen. Switch Online oder wie? Nein. Nein, 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 nein. Mach keinen Remake. Oh mein Gott. Jetzt wird's wild. WTF? Wie sieht das denn aus? Es kommt ein Mario RPG Remake? Das sieht so funny aus. Ah, da ist es. Halt, stopp. Halt's Maui jetzt. Es geht los mit Wave 5. Das Badezimmer. Habe ich schon mal was zu ihm gehört, dass es irgendwie so aus der Richtung gewohnt wurde. Bidi Piranha. Der Wiggler. Comic. Alright. Damit haben wir's. Wait, warte mal. Wir haben nur drei Charakter bekommen? Warte mal. Halt, stopp. Die enden das letzte DLC mit nur zwei Charakteren? Warum denn das? Was ist denn das für ein Finale? Oder? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, aber damn. Look at this. Yoshi? Nee, NSMB. NSMB. Nee. What am I looking at? Hä? Ist das irgendwie nicht der Art-Site, den ich mir gewünscht hätte, tatsächlich? Was haben die jetzt eigentlich mit dem weirden Art-Site bei Mario Games? Super Mario Bros. Wonder. Kann Luigi und Peach spielen? Und Yellow Toad? Und Daisy? Daisy? Äh, Aufnahmen. Das ist das neue... Oh Gott. Oh nein! 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 Die Viecher! Warte, die ging das nochmal? Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Das heißt, wir müssen jetzt einmal durchrennen, oder wie? YOLO! Hä? Ich bin Sack! Ich bin tot! Hallo! Nimm mich! Nimm mich! Nimm! Nimm! Was nimm? Ich bin durch! Hä? Hä? Ähm, das ist das. Ey, das ist ein Typ. Ähm, ja. Das sind zwei sogar. Das sind zwei sogar. Hey! Oh, der rennt schon, der rennt schon, der rennt schon. Hey, how's it going buddy? Shit, der kommt zurück! Er kommt zurück! Er kommt zurück! Er kommt zurück! Oh, der ist so schnell! Ah! 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 Da war ein Tür! Oh, shit! Ah, da ist einer! Ah, da ist ein Kollege. Mal Platz, du Stück! Stück! Oh! 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 Mach auf, mach auf, mach auf! Hahaha! So überall? Boah, Junge! Haha, das ist gruselig von allen Blue Screen. Höh, wöh, wöh, wöh! Hahaha! Ich hab mich so erschrocken, mein Game ist recrashed. Scheiße, der kann hier auf die Terrasse! Was ist Lage? Sag an! Shit-Dreck, der Große kommt! Der Shit-Dreck! 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 Was passiert da draußen? Was macht denn der Große da? Der bugt fest, weil er hier in der Ecke steht. Aber nicht mehr selbst stehen! Er kommt, er kommt, er kommt! Er hat ein Riesen-Auge! Höh, da war so hier ein Humbel. Höh, nein! Höh, Biste! Boah! Oh, Biste! Ich geh da rein, jetzt! OOOOH! Oh mein Gott! Ich hab grad das lustigste Ding in meinem Leben gesehen! Ich habe einen Holzpfarrer angeschaut und war 18 eine Person. Bro, wurde dein Redshed-Lack gebufft oder sowas? Ich habe schon richtig viel Redshed abgekomponiert. Jetzt kommt Los Angeles oder wie du sagen würdest, Los Angeles. Das wäre gut, dass auch drüber selber lachen muss. Was machst du da? Hätte ich so eine Rakete mit einem Schild verknüpfen? Woah, no way, no way, dude. Das war ja viel zu cool. Wait, er baut das relativ sicher Ding. Ähm, ähm, ähm. Shit. Es sieht aus wie diese Timebombs, die ich noch nicht verwende. Es ist wie eine Timebomb? Expletiert es einfach? Woah, okay, alles klar. Das hat eine größere Ranger als ich dachte. Link mit dieser Vliese auf dem Rücken einfach. Captain One Reaper, okay. Das kann ich komplett gar nicht draufkennen. Das muss dann eine Weile laden. Ja, genau, Alter. Äh, ich hätte die nächste Aufnahme gestalten. Ja, ich wollte gerade sagen, also wegen mir können wir noch die siebte Wende machen. Soll ich mich noch umziehen, weil es nicht so weird ist, wenn ich seine Klamotten habe von der letzten Episode? Ja, soll ich auch noch extra an das Ziel umziehen? Ja, er kennt mich gar nicht mehr. Ich habe sogar ein bisschen Wax in die Haare gehabt. Vor Welt 8 versiere ich mich dann, okay? Nein, 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 verschwinde. Ich sagte verschwinde. Nein. Nein. Aber okay. Komm her, schnell. Nein. 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 Ich werde jetzt etwas von der Semmel essen. Warst du schon mal frustriert wegen Nintendo Switch Online? Tja, wir haben es noch schlimmer gemacht. Willkommen zu Marken 8 Delights mit Input Delay. Geil. Ich glaube jetzt so, für den Anfang sollten wir ja eigentlich nicht allzu hart reinscheißen, ne? Wir reden über dich, Quirin. Oh, Junge, es hat funktioniert bei mir. Ach du. Ach, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das sind weiche Driffe, glaube ich. Alter, das geht ja gar nicht. Oh, warte. Ich glaube, ich komme so langsam rein hier. Ich nicht, ne. Ich noch gar nicht. Ich f*** in den Fassung. Alter. Alter. I mean... Nevermind. Ich wollte gerade sagen, it kinda works. Genau. Du siehst so, wie du an dieser Wand knuckst. Ist das dumm, Alter. Oh, es hat auch geboren. Holy shit. Oh, ja, okay. Okay, okay. Alles klar. Ja. 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 Bruder, man kann gar nichts mehr machen. Man checkt gar nichts. Super Slalom. Man checkt ja gar nichts, Alter. Ich bin einigermaßen okay, aber Krisen kommt ja gar nicht klar. Nein, Mann. Nein. Nein. Nein, du. Nein. Oh, nee. Warte mal, ich werde gleich überrundet. Ah, Leute, du wirst gleich auch noch von mir überholen. Ich komme gar nicht klar. Ich kann nicht mehr. Alter. Aber es ist noch eine Runde. Ja. The waves ended because you were too far behind the mask. Es hat auch einfach nicht aufzufahren, sondern es ist schlimm. Ich habe bisher noch nicht gesehen, dass die Fenster in dem Saal da blumenförmig sind. Ja, die Wand ist aus Wand gemacht auf jeden Fall. Willst du ein Intro machen oder spielen wir einfach? Ähm, du kennst uns doch. Ohhhhhhhhhhm. Alter. Oh, 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 oh. Na gut. Ja, ja, ja. Oh, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Wir stellen uns hier an, ey. Das ist aber auch nicht schwer, ey. Korrekt, das ist es auch nicht. Ich, es geht. Shit! Oh, 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 oh. Was ist immer, hä? Was ist immer, hä? Was ist immer, hä? Bruder, was machst du? Was machst du? Mach... Guck nicht sofort, Bruder, ich weiß, was ich tue. Das tut sich ganz gut, glaube ich. Ah! Assassine, Alter. Wir brauchen vielleicht zwei abschicken. Okay. Eier. Ah, guck mal. Das Spell der neuen Waffen. Komm ran jetzt hier. Ich bin tot. Ah. Ah. Ich hab keinen Raum, Mann. Oh, da ist jemand. I got him. Ich kann das nicht. Wie das nur so aus, oder? Ist deren Wasser verseucht? Ekelhaft. War das schon immer in der Statue von Prinz Silon? Ah, Leute, da ist ja link drauf. Okay, Pfeil durchschießen ist schon mal nicht die richtige Antwort. Willkommen beim Support. Was benötigen Sie? Ich hab gehört, Sie haben Fragen bezüglich des Spiels. Äh, für eine kompetente Hilfe drücken Sie eins. Eins. Ich hab's ja auch schon fast gedacht, dass du genau da bist. Ich muss sagen, ich find's auch geil, dass du, äh, diesen Schlamm auch nicht weggemacht hast. Das ist das allererste, was ich gemacht hab. Ich hab nichts mehr zu wegmachen. Ich hab nichts mehr zu wegmachen. Wieso? Ihr könnt's einfach irgendwie so einen Branden holen. Ach, die Dinger benutze ich nicht. Geben Sie positive Bewertungen auf intellosupport.de und bewerten Sie uns mit drei Sternen. Schönen Tag noch. Oder... Sie Bastard. Yeah. Ich hab ein Game für dich gefunden. Ich bin mir noch nicht sicher. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ist es Smash für LOL-Spieler? Das kann sein, ja. Es ist Smash für LOL-Spieler. Good one. And no freaking way, dude. F-Zero? What? Es passiert? Alter. No way. Ein neues Tetris 90. Oh, mach's nicht Time-Limited wie das Mario-Ding. Ich würd's spielen. Oh. The final wave. Oh, okay. Die Sarkin. Diddy. Hey. He's finally here. Oh, fuck him. What? Fuck him. What? Die Mario-Cars Wii-Legende, Alter. Was? Paulin? Hendrik Dreichel? Was? Was ist jetzt los? Also... Key-Chat. Wie krieg ich mich aus? Oh, no. Oh, my God. Ich hab... What's happening? 4 Kills? Was ist gerade passiert, Alter? Was ist gerade passiert, Alter? Hey, Mario! Oh. Mein. Freaking. Nein, nein, nein. Einfach 1000-Judor. Ich glaub's nicht, Alter. Das sieht so... Weird aus. Geil aus, aber... Vielleicht haben sie jetzt langsam gecheckt, dass die alten Games auch gar nicht so bad sind, einfach. Es ist passiert, glaub ich. Der ganze Stern-Kampf aus Mario Kart Wii ist ein Mario Kart 8-Gelachs. Oh, und... Hier wird... Hier geht's los mit Loopings. Loopings? Mit Jumps, lol. Kommt zu Waterpark T. Auch schon im Intro hat man schon einige... Woah! What the heck? Die Kamera geht ja ganz weird. Ich bin dran vorbeigefahren, shit. Nein! Ich bin gesoftlocked. Okay, Pro-Tipp. Du möchtest da nicht dran vorbeifahren in Zukunft? Woah! What the heck? Warum dreht es mich einfach um? Hä? Äh... Warum ist die Blue-Share an mir vorbei? Hä? Das ist ja weird. Woah! Du, nicht mal tief in den Video. Kein Bock. Ich muss mich richtig hungern. Ich hab aber noch nichts gegessen. Achtung! Oh! Du hast die Big 20 erreicht. Wahnsinn! Wow! Ich bin ganz so schnell. War cool. Findest du den Koopa? Mein Gott, der ist extra so hartes. Komm ran, ein Stück. Direkt mit dem Backbutton. Da ist er. End Time, Dude! Time, Dude! The Winder Wobei ich mich frage... Was ist eigentlich, wenn ich mich da unten gehe? Ist das denn ein Voidhaut? Oder ist da irgendwas? Ich hab irgendwie so das Gefühl, ich betrete jetzt den Final Boss. Bruder, wie tief geht's denn noch? Ich bin überall drin? Ah nee, Bathio. Das ist die Hölle einfach. Oh mein Gott! Hm. Ich habe das Gefühl, ich habe, glaube ich, den Final-Boss betreten. Jetzt spoiler ich mir. Ah, shit, jetzt habe ich mir selbst das Ende gespoilert. Let's go, here we go again mit dem Hydranten, Alter. Dann lässt es mal nicht so geil funktionieren. Gucken wir mal, ob es diesmal besser wird. Das ist bisher wirklich die billigste Umsetzung, die wir bisher gesehen haben im Game. Das Ding spaw einfach. What the heck, Alter. Sieht gut aus. Ah, ja, das Timing habe ich aber nicht mitbekommen vorhin. Oh, wow! Ich habe dich gewinnt. What? Wow, wow, okay, das hatte ich jetzt nicht vor. Ich überlebe das. Oh, das würde ich gucken. Oh, das sind beide Star-Cards auf einem Screen. What? Also, um immer ein bisschen Kontakt zu geben. Wir machen heute Hide and Seek in Mario 64. Tatsächlich mit dem echten Hüb-Master und dem echten Schimmi. Meister, einen wunderschönen guten Tag. Hi, how's it going? Du bist da und du hast schon hier große Ankündigungen gemacht, dass du dich hier fett in Mario 64 auskennst. Glaubst du, du gewinnst das Ding heute? Boah, weiß ich nicht. Ich glaube schon, ohne jetzt richtig angeben zu wollen und zu augen zu sein. Ich glaube, ich habe schon so ziemlich die meiste Erfahrungen im Game hier. Ja. Und da kommt mir die Frage, wie oft gehst du am Tag aufs Klo? Wenn wir jetzt mal einen Durchschnitt errechnen wollen, sagen wir mal, vielleicht zweimal. Zweimal nur? Das ist vollkommen richtig, ja, das ist vollkommen richtig. Vielleicht habt ihr ja Glück und ich dehydriere einfach mitten im Stream, bin ich easy zu catchen. Meister, dann wünsche ich dir ganz viel Glück, dann sehen wir uns gleich auf dem Schlachtfeld. Ich bin gleich oben. Bibi ist gleich da, es ist passiert gleich. Es ist hier! Oh ja, da oben, da oben sind zwei, drei sind beim Bowser, bei der Bowser-Roll. Jetzt, jetzt, runter, 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 runter. Digga, was ist das für ein Troll? Junge, wie Airbait die Sau mich nicht verarschen will, ne? Ich sag Airmaid, der geht nämlich Bob ums Battlefield. Wo ist er, wo ist er? Ich bin jetzt, ich bin auch da. Airmaid, Lefter Level? Wie haben wir den verloren? Okay. Nee, oder? Bruder, ich wurde gerade von zwei verfolgt. Ich glaube, ich habe sie verloren. Ich bin sicher, dass wir sie nicht einfach übersehen haben. Ja. Ich schließe sie mal auf Schlosshoch. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Döder Schleif, der kam einfach nicht jeden dazu. Das war's mit ihm, das war's mit ihm. Hier ist ein Tod! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe Babys Schulter berührt! Okay, er läuft dahin, wo man auf Schlosshoch hüpfen kann. Er geht unten. Er läuft Richtung Vanish Cap. Er hat gelieft. Oh mein Gott, wo kommt die her, alter Schwede? Er hat gelieft. Oh! Pause eins! Nee! Oh Gott, ey! Was macht... Wow, wie er gedodged ist! Ich bin immer noch auf den Schloss. Was machst du? Hallo, ich sehe jetzt, dass wir nur auf den Schlosshoch hüpfen können. Ja, das, was du machst, kann ich auch, du. Alter, das sind die reale, das war geil. Ja, ich hätte lange dauern. Lange dauern, Alter. Junge, was ist denn mit dir? Du outplayst dir ja komplett. Oh, hey! Oh, hey! Was? Nein, wir kriegen den jetzt. Wir kriegen den. Das Problem ist halt, die rennen mir jetzt halt hinterher, bis sie halt mich haben. Wenn er smart ist, müsste er jetzt in seiner Flucht Miggel finden. Ich sehe ihn! Bei den Felsen! Bei den Felsen! Er fällt runter. Meister, hast du was dagegen, wenn ich zu dir hochkomme, zum Kater? Ich möchte es mal spannend machen für uns alle, weißt du? Geh auch aufs Schloss raus, Alter. I'm on my way. Ja, er ist draußen, er ist Castling Rounds. Der geht aufs Schlossdach hoch, glaube ich. Ich schieße mich hoch. Oh, ich bin reingeklippt. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich bin reingeklippt. I'm so sorry. Das wollte ich nicht. Ja, warte mal. Ich höre ihn die ganze Zeit. Ich meine, I guess ich habe den ein bisschen aufplayt dadurch. Ich glaube, ich werde dafür jetzt nicht disqualifiziert. Er hat irgendwo Fallschaden bekommen. Warte, ich gucke, jetzt in den Dächer. Ist er jetzt wieder zu Bowser 3. Maybe? Ich glaube, ich werde entdeckt. Aber hier war jemand. Ich glaube, hier war... War hier Mikkel? Oh mein Gott, da ist hier jemand. Ja. Ja, die haben mich. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich habe die wirklich zu dir gebetet. Bro, hat Emmett jetzt echt gewonnen? Oh mein Gott, er hat mir dann einmal gewonnen. Oh, das ist so unbefriedigend. Das ist so unbefriedigend. Ich weiß nicht, dass ich mich halten soll, dass das der Teil des Green ist. Also, das ist halt schon ein bisschen wack, so. Okay, man kriegt... Wait, du kriegst nur eine Save File pro User? Oh Gott, warum denn? Oh mein Gott. Oh, yikes. Ah, das tut weh in den Ohren. Oh mein Gott, Hals, Maul, bitte. Oh Gott. Ich habe erwartet, dass der sich ein bisschen schwerer spielt. Ach, es gibt Charakter-spezifische Blöcke. Verstehe das richtig? Ist das eine Wonderflower auch random? Was weiß ich das? Oh, sorry. What the heck? All right. Ich habe jetzt nicht mit einer Paper Mario-Style-Weird-Musik-Einlage gerechnet. Ist das eine Remix von... Ah! Oh mein Gott. Nein! Ich bin an... ... ein Gegner gestorben. Oh mein Gott. Oh wait, kann man das rechschieben? Oh, clever. Mmh, cool. Das ist ein cooles Witzel. I like it. Ich habe jetzt die erste Weltablusstaus nach 200 Stunden. Oh no. Oh mein Gott. Wer hat gedacht, das ist eine gute Idee? Okay, aber der steuert sich immerhin viel besser als Galaxy. Oh nee, nochmal sowas. Okay. Oh mein Gott, das ist ja asozial. Ach, du Kacke! What? What? Okay, das sieht schon wieder sehr geschenkt aus. Ist das denn hier auch? Cool. Okay, das geht tatsächlich. Hat's denn... Ich bin ein bisschen pfeffert. Was ist denn jetzt hier? Hätte ich hier hingehen sollen mit der Wonderflower? Wieso ist hier denn gar nichts? Sorry. Oh nein. Oh mein Gott. Wer hat... Bruder, wer hat sich gedacht? Ja, ich habe eine Idee für ein Level. Ultimate Pick-A-Path. Ach, du heilige Kacke. Ey, das sind wirklich die schlimmsten Level von allen, ne? Kann es auch sein, dass da hier rechts gar nichts ist. Wenn da nichts ist, dann kann man mal schieben. Wenn du in den Moment kommen kannst, dann kannst du... What's going on? Warte, geht das jetzt? Oh mein Gott. Das hat sich vor dem Relief verschwinden. Bruder, ich habe gerade einen Shell-Dump gemacht. Und schon? Kacke, aww. Oh wow. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Einfach Bounce of Doom, Alter. Holy shit. Willst du die Good oder die Bad News zuerst hören? Die Schlechte. Ich bin noch nicht fertig. Okay, ja. Die Gute ist aber auch, du bist noch nicht fertig. Richtig. Hahaha. Der Mann weint, Alter. 100 out of 10 Game. Hör ja auch, dass ich tatsächlich einfach schwer bin. Also, ist das wirklich so? Also, soll ich es boilen? Nee. Okay, ist auch vorbei. Mein Hype ist mir wieder weg. Und da hast du's. Time! Let's go! Hahaha. Hihihihi. The final, final test V Có Oh nooo. Oh nooo. Ach du. Ach du kacke. Warum hast du einen Stand tops? Hee hehehe! We Seltsin? Es gibt Voll Idioten und dann gibt es doch nicht. Oder wenn ich hier nach Game Over gehe, Mein Goal ist ja es auch ohne Game over hier durchzukommen Bist du irre? Das schaffen ich nicht mehr. Ich hab dich schon im Main-Game gehasst, ich komm nicht auf die drauf und oh nein, und da ist kein Checkpoint, ich darf alles von vorne machen. Kleine asoziale Sau. Mach das hier auch extra schwer, okay. Wonderful. Oh, imagine das hier nicht holen, die Drext-Top-Flagge, Alter. You're connected to all of the standees, earning you a medal. That makes six. Anyways, hier ist so ein altes, verlassenes Gebäude. Ich glaub, mit das müssen wir nicht mal reingehen. Ich weiß gar nicht, ob sie irgendwas gab. Oh, okay, alles klar, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Holy shit, das war auch ganz weird gerade. War das gerade einfach ein Foto von einer glücklichen Familie? Was hatte ich denn da überhaupt? Wieso hätte ich eine Tasse in der Hand? Ich weiß auch nicht, ob ich ein Zylinder hier rein kann in diese Gebäude. Ich habe eine Antwort auf meine Frage. Shit. Warum Zaun zu sein, ist immer ein Glück, sage ich natürlich. Oh mein Gott! Oh, ach du heilige Kacke. Der, 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 oh mein Gott, der hat ja schon zugegriffen. Das Wave-Six-Announcement lässt immer noch lange auf sich warten. Weswegen Tim und ich uns ein paar Custom-Strecken geben werden. Ebenfalls habe ich ein paar Strecken aus meiner Wave-Six-Prediction reingetragen, um zu sehen, ob vielleicht... Huh, sieht so aus, als wäre meine Prollition gar nicht mal so schlecht. Aber... Warum fehlt die letzte Tourstrecke? Bruder, was ist das für eine Collision? Was ist das hier? Hä? Cool. Sick, dude. Kannst du mir nicht erzählen, dass hier die Half-Pipes gemacht wurden? Hat den runtergefallen. Ne, die baggen richtig rum. Holy shit. Kommunikation-Error. Wow. Was erwartet mich denn? Hä? What? Was? Was ist denn das? Voll geil gerade. Also bis auf dieses Blind-Gedöns. Ach so. Bis auf das bisschen Jank ist es geil. Ich habe diese Strecke genannt. Paris auf Drogen. Okay. Wieso hast du eigentlich die CPU auch schwer gemacht? Ist das ein Problem? Keiner. Aber breit ist sie, ja. Und dann kommen hier diese engen Kurven. Mit dem Gap-Jump hier. Ja. Dann mache ich nicht. Das ist die. Welcome back, dude. Ja, muss ich nur gucken, wo man lang fährt. Ja, es ist tatsächlich gleiche Strecke. Nur Runde 1 und 2 wurden verdreht. Aber ich kann mich noch erinnern, wie es sehr lang geht. Bin sehr crazy jetzt extra für diesen Bereich hier. Wie diese zwei Sekunden, wo du im Museum bist. Ist ein ganz eigener Soundtrack einfach gemacht worden, ne? Problem, Problem, Problem. Ich nehme mal Abstand von dir, ne? Nichts gegen dich, aber los und distanzing. Ich glaube, ich bin ein bisschen anders aus. Ui. Ui. Das hat so einen ganz geilen, spacigen Effekt. Oh shit, die Kurve. Oh. Hast du die, what the fuck, hast du die Animation gesehen? Ja, das ist geil, gell? Das war ein Wii damals auch so. Ich kann es kaum glauben, dass wir das wieder eingebaut haben, Bruder. Allein dieser Punkt hat mich fast zu Tränen bekommen, Alter. Oh Gott. Geh da ran. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich schaff's. Aber wirklich knapp. Holy shit. Maybe the remaining Sage is in a similar location. Oh, jetzt heißt es, wir haben noch einen ganzen Dungeon vor uns. Find the fifth stage. Sage. Okay, werde ich jetzt einfach zurückgesetzt, wenn ich hier von oben reinfalle. Direkt auf den, auf den hier drauf. Oder warum sieht das hier so sick aus? Als ob ich dann wieder hier oben bin. Das ist das gute Stück. Ich habe irgendwas gelöst, ich bin mir nicht sicher, was. Oh, wenig. wäre schlau wenn man auch einfach mal liegt das auch die betont 30 von 0 update ist da und wie üblich gibt es noch neue waffen wo ich gibst du reprints oh mein gott ist es die erst ist das erste update ohne neue waffen oh mein gottes jedenfalls geht es direkt rein mit dem neuen voll squeezer und tatsächlich der neuen beziehungsweise alten map nee das ist die neue map ist die alte map sieht nur sehr ähnlich aus wie eine alte map ich setze jetzt mal da die wand einfach mal eine zone geschmissen hier ich mach mal ein splashdown gucken ob es irgendwas hilft hat es nicht geil hier ist das ziel für die oder wie okay nee das war keine gute leistung oder es leckt so es macht richtig spaß ich habe richtig freude am leben also zuletzt habe ich master soll geholt das weiß ich noch jetzt brauche ich den kunden support um rauszufinden wie es weitergeht das sieht doch schon mal nach ruinen und forschungs steht aus das ganze game sieht so aus und dann einfach gerade aus dieser innen schrift die du nicht lesen kannst aber vielleicht irgendjemand übersetzen kann wenn du nur ein bild davon hat ist und ich habe gar keinen bock nicht die fotokamera hat mich wunderts bis hin dass ich hoffe dass man die kamera habe vorher noch nicht gebraucht hat das ist der typ und der ist irgendwo ins chasm rein und ich muss ihn da finden ich habe oder ich habe keinen bock drauf machen lass das game einfach enden wie ist eigentlich gerade der vibe ist es gerade der du findest dich in der letzten aufnahme session für das game vibe oder stellt sich auch noch mehr content ein ich befinde mich in der letzten aufnahme session bei auf jeden fall hoffentlich dann möchte ich eigentlich noch mal so ein paar minütchen noch mit dabei sein weil es okay ist ist jetzt die frage ob du das da drüben auch noch investigat ist aber ich habe ein problem kann das sein warum du noch einfach die zwei nehmen haben wir den die claymore die du eventuell mit dem stein füßen kannst du irgendwo rumliegt ne okay okay das war mein erst versuch noch mal hat er gerade kommt du mir an jetzt BUTZ, Junge! Time! Keine Batterie, okay. Bye-bye! Oh mein Gott! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Geil! Diese epische Musik endet mit Nintendo is the author of this software for the purpose of copyright or write research. Go ahead!